So, jetzt geht's weiter. Wir sind im Warnhaus, haben den Luster zurückgebracht. Uh, schicke aus. Wir passen zu meinem Mini-Mini. Ferrari. Ja, jetzt sieht man meiner nicht. Das Alarmsystem ist einfach. Ich hätte Dinge müssen, aber ich hätte es mir selbst aufgeladen können. Aber du solltest uns eine ziemlich decente Wände bekommen. Wie decent, das ist auf der Arbeit, die du machst. Jetzt, als es aufgelöst wird, du siehst du Michael und er macht den Telefon. Ich habe den Anruf im Laufen. 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 Ja, aber wie scheiße. Das ist das. Wenn wir in den Anruf im Laufen, wir gehen schnell und wir werden in den Anruf. Das ist das. Na, wir gehen. Man hat so ein kleines Earphone. Furchtbare Dinge. Frank, du mit mir. Paige, du bist in den Anruf im Laufen. Gus, Eddie, du bist in der Valle. Man, warum nimmt er da nicht zwei Treppen auf einmal? Ja, gut, er ist ein alter Mann. Das stimmt irgendwie. So. Ist das der richtige? Oh, das ist der falsche Wagen. Soll ich doch den hier einen Schalt nehmen? Machen wir. Wer hat denn diese Karre besorgt? Tach. Und dafür kriegt er einen höheren Anteil? Ist ja ein Witz. Äh, ja, also wenn ich ihn jetzt überfahren soll, dann ist er zu dumm. So, wer gibt ihn zum Jubel hier? Oh Mann, ich hasse den Wagen. Den Wagen? Das ist nicht unser Wagen. Na ja, direkt in der Poliziarant unterzubauen vor dem Überfall wäre natürlich auch günstig. So, versuch den Wagen mal möglichst am Leben zu halten. Weil wir mit dem ja schließlich auch noch pflichten müssen. Oh, weißt du, in solchen Momenten, wo du nicht den Wagen wechseln kannst. Da fahren die schönsten Autos in dir vorbei. Ist nicht schlecht. Oh, ja. Oh, ja. Soll ich jetzt? Oh, ja. Also, weil darf es ja nicht mehr sein zu den Wagen. Okay, dann ist das alles bemerkbar. Du bist auf der Karte. Sehr gut. Muss ich 12% an einem verbringten Mann, 14% an einem Priiker, 15% an einem Hacker? Und das ist auf der Top der anderen Änderungen. Soll ich das nicht mehr sein, wie wir hier haben? Na. Ich glaube, wir werden wissen, ob es für die Wagen hurtig ist. Na, nein. Hast du gerade diese lange Abbiegung gesehen, die die Karte angezeigt hat? Ich sehe nie irgendwas, das weißt du doch. Oh, das ist ein grüner Mini! Das ist nur so lange grün, wie du ihn nicht fährst. Wo bin ich in den Busch fahrt? Ja, hat er auch kratzer. Vor allem wenn du ihn in den Busch fährst. Ah, da ist er. Ich fang einfach mal falsch rum. Was? Wenn das Gas ist in dem Ventilationssystem, gib uns die Worte. Das ist so, Mann! Ich habe dich! Franklin! Ja, wir sind Franklin! Und dein Lieblings Franklin! Hallo! Die Exterminator sind hier! Ich habe gehört, die Insekten! Ah, wo muss ich hin? Hier! Du dum 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 dum! Ja, sehr gut! Ich hoffe, ich kenne mir voll viel Geld! Der wird sich in den Grenzen halten. Das ist ja erstmal nur ein kleiner Überfall. Ja, hupsaa. Ach! Kann ich gerade weit springen hier? Oh wow, der Entsprung war gut. Tatsächlich, ich dachte, das sind so dumm, warum wir so immer alles rüberklettern. Und irgendwie verlieb ich mich da nicht zurecht, das ist echt das Labyrinth, aber nee. So, zack. Okay, jetzt hier rauf oder was? Ja. Perfekt. Halt LW drückt und wenn er das ist wie Z-Gas, äh, das ist das hier? Ich bin an ihm. Halt LW, mein Buch auszurichten und dann, ah, warte, ich muss da anscheinend reinhören, ah ja, okay. Jawoll! Okay. Noch ein? Nee, reicht, oder? Cool. Cool, Thomas. Ja. Ja. Ja, du. Ja, du. Hm, Parfum für die reichen Kunden. Ich hab extra Luft. Was ist los, Leute? Hat jemand gepupst? Oh Gott, ja. Bodenglitze. Gehen wir. Da-dam. Da-dam. So, was jetzt? Äh, Sachenplan. Ah, ja. Da-dam. Boah! Wie der Geldziller hochgeht! Sehr gut. Aber es wird ja auch geteilt. Ja. Wie der Geldziller hochgeht. Ja, ach so, wo hab ich da? Ja, ach so, wo hab ich da oder? Da noch mehr, klar, alles, wie ne? Ja, klar. Alles. Jawoll! 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 Ich will alles! Ah! Ja! Mane! Sehr schön! Keine Ahnung! Vielleicht! Das stimmt! Aber ich will alles haben! Also! Ja! 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 So jetzt! Ja! 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 Nervig. Ich hasse Motorräder fahren. Das finde ich ganz schrecklich. Ich bin gar nicht so schüttelnd. Nee, 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 die Bikes, die sind, die zucken viel zu viel für mich. Oder manchen, die ich so gut überhaupt nicht kenne. Und dann haben wir so Druck ausgesetzt. So, ich brems jetzt einfach, sonst fahr ich da eh wieder gegen. Das weiß ich doch. Oh Gott, dieses Bike. Oh, schrecklich. Aber nichtsdestotrotz ist die Präsentation, das spielst echt großartig. Wieso haben die jetzt mit dir so viel mehr Gas? In Person. Wieso komme ich mit meiner Crew nicht hinterher? Was? 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 Wohin möchte ich denn mit ihm sagen? Hier ist es? Hier... Ach da! Denn wir haben Merchandise! Da hast du dann. Sehr schön. Wir haben den ersten Überfall! Ich bin gespannt, wie viel Kohle das bringt. Der Vorteil ist, dass wir hier zwei Charaktere beteiligt haben, die abräumen. Die Scheiße war verrückt, Junge. Also was ist denn? Wir kommen hier raus. Wir halten unsere Hände. Hey, du hast gut gemacht, Kind. Was hab ich dir gesagt, Lester, hm? Ja, der hat's drauf, der Franklin. Der wird noch mal der Superstar in der Gangster-Szene. Das ist ein Lester und ich habe ein paar Dinge, die wir aufhören müssen. Ich will, dass du bei der Haus ein bisschen später aufhören und wir feiern. Okay? Okay. Ja, hab ich dir, Bro. Oh, Mann. Wir sind zurück. Ja, hafte Video, Max. Ich glaube, das ist der zweite Erfolg, den wir vorhin gescheitert haben bei dem Spiel. Ich glaube, das ist der zweite Erfolg, den wir vorhin gescheitert haben bei dem Spiel. Okay. Na ja, Silber, immerhin. Ja, Schnellzuwürfer ist jetzt nicht. Aber... Was soll's. Achso, wir haben jetzt mit Razo wieder zurückbezahlt. Yay! Vanilla Unicorn. Man, die haben ja sogar noch mehr an. Tja. 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 Das ist so cool. Okay, also da leuchtet jetzt ein riesiges M. Ich muss nur herausfinden, wo der verdammte Ausgang ist. Ach, da hinten glaube ich irgendwo. Und in diesem Laden kann man nicht rennen. Franklin wird toll, sagt ganz süß, dann kann er sich einen besseren Stripclub leisten. Oder einen aufkaufen. Ja. So, ähm. Hier jetzt? Ja, na endlich. Oh, ist der Tag? Ja. Naja, abends. Wie geht denn, wenn es noch Pell draußen ist? Naja. Er hat anscheinend das Hütchen rumgefahren bei der Herfahrt. Kindfahrt. Ist immer schöner für ein Auto. Das ist sein Standardauto. Ach so. Ja, mal so. Ab zum M. Yeah. Alles klar. Du, was macht man denn nach so einem Überfall, wenn man in den Stripclub geht? Ja, ein bisschen Feiern hier, ist doch logisch. Dann ist der Nachtfeier noch irgendwie. Vielleicht ja nicht mal was zu trinken, oder? Haha. Ja, nein, noch hat er nicht sein Geld. Kein Alkohol am Steuer. Ja, der ist auch sehr traurig. Ah, Mist. Das ist mir eigentlich nicht versteckt. Aber der hat eigentlich dafür, dass er recht arm ist, hat er aber einen verdammt guten Wagen. Ja. Also, er hat einen besseren Wagen eigentlich als Michael. Ah ja, es gibt neue Waffen jetzt bei M Nation. Ja, er hat auch gute Wagen. Und schön, die LKWs fahren immer da nicht gerade. So, komm ich da! Yeah! Nehmen wir den Weg jetzt, wenn er schon frei ist. Ah, wie viel Speed hier gerade drauf hat! Ja! 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 Ja, was machst du denn? Also wirklich! Ja! Wir machen die geheime Mission mit dem Gärtner nochmal. Der verdammte Gärtner! Der verdammte Gärtner! Der verdammte Gärtner! Der verdammte Gärtner! Ist der oben oder was? Ne! Seift sich ein! Macht er richtig! Nee! Hehehehe! Hey, hey! Da du bist! There ist ein Crack! So, wir alle gut? Hell, ja, wir alle gut! Wir haben uns gelegelt. So, hier ist die Einfluss. Lester ist aufgeladen die Gemse. Wer weiß ein Kind? Er hat 50 Cent auf der Dollar! We might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file. What is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, no, find out you're alive? You are D.O.A. Don't worry about Trevor. Trevor's dead. Gotta be. Besides, that didn't have nothing to do with. Whatever the hell it is you're talking about. Nothing. Really? I don't know anything about that. This other guy who runs out of the shop, he pushes me over and says something like, I don't forget thousands of days. I'll make sure this is one of them. It's pretty scary. Cut. Oh god. Has he seen tattoos? No. And his neck. Cut here. Cut here. That's Trevor. Oh god. What is that? What? His girlfriend? Oh, what is that? His house? His girlfriend? He's gone. He's gone. Oh god. He's gone. He's gone. He's gone. He's gone. What? Du bist? Was hast du gesagt? Fuckin' my girl, man. Das ist falsch. Oh, ich muss jemanden schrauben. Du willst, ich schrauben dich eher? Ist das das Problem hier? Take off your pants, cowboy. Let's... let's fuck. Du denkst, das ist lustig? GET THEM OFF! Ich hab ihn gesagt, Trevor. Ich hab ihn gesagt. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. Ich bin über die Fuck-me-me-met-that, nicht ich, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums. Fuck you, Trevor. I still love her. Alright, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by a mess. I just... I know. I know cowboy. Ha ha ha. Ja, das ist der verrückte von den dreien. Ich bin hier weg. Ich fühle mich hier irgendwie wohl. Oh nein, was macht der? Das ist Trevor. Der ist recht unberechenbar. Das stimmt. Er spielt ohne ihn ab 16. Fuck. Huh? Next time don't get in my fucking face. I just saw a fucking face. Oh god. Also, nee. Und das soll der beliebteste Charakter sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall der, der am Abwechslungsreichsten ist. Voll schmau. Ja, Martin sieht doch unbewaschen aus und eklig. Oh nein, jetzt müssen wir den spielen. Ja. So, jetzt schauen wir mal ins Auto. So, und hier pausieren wir jetzt. Denn, ähm, ja. So. Das seht ihr dann beim nächsten Mal. He. So.